HALF STOPP! Mein erster Eindruck, als ich es das erste Mal gesehen habe, hochnäsige Zicker. Mein Name ist Ulrike Bethmann, meine Stärken sind... Die dumme, ich klopfe den gleich kaputt! Ich rasiere euch alle, hier ist mein erster Bruder. Ich rasiere euch alle mit Shampoo Amunakon. Was wollt ihr machen Amunakon? Leck mir los! Hallo, ich bin Marcel Davies. Ich sehe den Hurensohn. Ich bin besoffen. Auf Allah! Immer wie, immer wie, immer wie, immer wie... Schusskröte!